ich sehe gerade das ist ja aber ich auch noch nie gesehen guck mal in richtige konservendose die lasse ich erst mal noch zu wenn ich die aufmache dann muss ich sie ja auch direkt essen geht ja nicht er ist so schön man so einem haufen zu sitzen mit so vielen tollen hier die akkus auch super toll ne moment messer richtig zur seite ja profi akku da bin ich ja mal gespannt ersetzen bis zu 4000 einweg batterien geil schlecht 2100 die haben ja auch heutzutage mengen ich habe ja auch noch alte die können da ja überhaupt nicht mehr mithalten super ich klasse ne auspacken einlegen loslegen die sind schon geladen wie auch noch nie gehabt ach guck mal da steht da auch mehr als 700 mal wieder aufladbar vielleicht tun es deswegen meine alten auch nicht mehr weil die habe ich ja schon ich weiß nicht wie viele jahre dauer geladen aber ich habe ja auch von euch schon neue gekriegt also das reicht mit kinder das reicht das reicht doch profi akkus hatte ich meine kleine ratis ist ein schönes bild ne mois ist keine ratis kleine mausen niedlich niedlich ne ups komm hier hier danke schön für die tollen sachen ich freue mich mal jetzt so ein blick wie du ja ihr passt gut zusammen ist der macht nichts kaputt die hat noch nie ein plüschi kaputt gemacht ne hast du als baby eins gehabt ne eins das ich selber als kind hatte ja ich weiß gar nicht wer es zerfetzt hat da hatte ich dich noch nicht du musst da eigentlich unschuldig sein oder du hast es später gekriegt ich weiß es nicht mehr man hat hier immer mit so vielen tieren teddy schwund ne teddy schwund ne ja ne du machst eigentlich teddies auch nicht kaputt hat mir die gabi gesagt ne und was ist mein schönes mäuschen hat keine innereien mehr ne hast du auch zerlegt ne ja wenn es nicht mehr zum trösten brauchst ne nimmst du es jetzt lieber zum spielen ne oh bisschen braben ne oh schnauf denen geht es so super am ersten abend hatte der noch diese tröste gebärden so mit dem plüschtier sich irgendwo hin zu verkrümeln auf so ein Bettchen und dann immer so vor sich hin gebrummt und jetzt kein hinbrummen mehr ne ja kein trösten mehr ne ist alles gut ne hast du schnell gemerkt und Lucy geht es auch gut ja ich hoffe wir sehen sie bald